Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Orcs Must Die 3. Ja, und in der letzten Folge waren wir im Keller zum Lachen. Der Witz wird nicht besser. Nein, wird der nicht. Nein, nein, nein. Und jetzt begeben wir uns einfach mal ins Kolosseum. Und wir schauen mal, was uns da so erwartet. Weiterhin seine Armeen. Dann wird er uns finden. Kals, ihr habt recht. Vauwigs Kräfte werden von negativen Rissen gespeist. Doch sie sind nicht unbegrenzt. Er wird sich euch von Angesicht zu Angesicht stellen müssen. Er wird noch mehr Orcs schicken, richtig? Vielleicht noch mehr von den kleineren? Die platzen so schön. Ähm, gut. Ah, sowas machen wir hier am besten. Schon mal ein paar hier vorne abzuhalten. So, hier so durch. Genau. Dann können wir wenigstens da schon wieder mal ein paar kleinere abhalten. Äh, dann wollt ihr hier durch. Das will ich aber nicht. Ähm, ja, ja. Fallen, fallen, fallen. Mal andersrum. Mal so. So. Oh, hat gerade so gereicht. Na gut, auf geht's. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Und wenn nicht, ihr wisst schon. Seht zu, dass ihr das ändert. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Das Tor ist zerstört. Da kommen sie. Ja, lasst sie kommen. Uäh. Sag mal. Ich glaube, Takt. Kommen die da einfach so vorbei? Ne, 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 ne. Das mag ich ja gar nicht. Schaut euch das an. Hm. Äh, was denn eigentlich? Schaut euch das an. Große Reden und dann nix. Tschüss. Ja, zu spät. Okay, gut, 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 gut. Ah, jetzt kommen die ja von unten raus. Alles klar. Eigentlich ist die Map so riesig. Also, ich könnte wahrscheinlich, wenn ich es clever anstellen würde, könnte, wollte, äh, wahrscheinlich etwas cooler anstellen, aber, na, na, ihr kennt mich. Ah. Einfach der Klassiker, der funktioniert immer irgendwie. Mhm. Wollen wir euch etwas verlangsamen. So, damit ihr auch schön in den Lasern drin bleibt. Ähm, ist hier oben, reicht es schon nicht mehr, um noch ein bisschen Barrikaden-Action zu machen. Oh, ihr kommt jetzt aus zwei Bereichen. Ähm, ich hab nicht genug Münzen. Ja, ist angekommen. Alles klar. Bereit wie immer. Okay, ihr kommt als erstes von da. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Doch, ich bin wirklich guter Rett. Ah, jetzt kommt ihr wirklich von beiden Seiten. Von unten und von da oben. Na, super. Okay, jetzt müssen wir erst mal hoch. Äh. Mist, das sieht nicht so gut aus gerade. Boah. Äh. Ah, sag mal. Sie sind fast da. Ja, ich weiß, dass sie fast da sind. Ah. Das klappt so suboptimal. Das gefällt mir irgendwie noch gar nicht. Okay, dann machen wir erst mal das hier. Also, sie kommen von unten aktuell. Ja, kommen sie auch noch von unten. Ähm. Wie machen wir es jetzt? Wie machen wir es? Ähm. So, so. So, so. Genau wie im Training. So. So, so. Bogenschätze, Bogenschätze, Bogenschätze. Okay. Das sollte jetzt im Moment was bringen. Hoffe ich mal. Dann meine allseits geliebten Laserfallen. Hallo. Hallo. Ja. Äh. Achso. So. So. Alles klar, muss reichen. Dann bleiben wir erst mal hier unten, weil hier werden sie ja anfangen. Oh, ne. Sie fangen. Sie fangen von überall an. Okay, ist egal. Sie haben ein weiteres Tor durchlaufen. Nicht ihr. Ach, ihr manövriert die Laser einfach mal aus. Wie mies ist das denn? Wie bitte? War jetzt schon? Sag mal, Bogenschätzen, macht mal was hier. Sag mal, ist doch wohl die wahr. Betreten die jetzt schon den Riss? Oh, das gefällt mir so. Noch nicht. Lasst meine Bogenschätze in Ruhe. Ja, ich weiß, Kumpel. Ich weiß, du liebe Stimme im Kopf. Äh. Okay. Das lief ja gar nicht mal so gut. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Machen wir so. Das Problem ist von da unten, da kommt echt so heftig viel. Gerade diese ganzen schnellen Viecher. Mhm. Echt, genau, wo du sie wolltest, ja. Alles klar. Gehen wir da noch ein paar Bogenschätzen hin. Warte mal, wir haben doch hier. Komm. Ein bisschen Säure. Vielleicht bringt es ja was. Oh ja, ich bin bereit. Das läuft nicht so, wie ich das gut finden würde. Ich glaube, mit das Hauptproblem sind wirklich die, die aus dem Keller kommen. Die, die aus dem Keller kommen. Das könnte ein Titel für einen Horrorfilm sein. Die, die aus dem Keller... Ey. Hau ab. Du Penner. Eine Barrikade wird angegriffen. Und du Pen... Du bist auch einer... Sag mal. Ey, verarsch doch einen anderen. Ich sollte nicht frühsam morgen irgendwelche Let's Plays aufnehmen. Ich merke es schon wieder. Oh, kommt da unten. Da unten kommt noch, ne? Ja. Wie bist du Penner durchgekommen? Boah, ist doch nicht wahr. So. Alter. Manchmal, aber nur manchmal. Perfekt platziert. Hm. So. Ja, ja. Du brauchst immer Knete. Sag mal. Schon mal was von Spahn gehört? Gut, mit mir am Steuern nicht möglich. Aber ey, komm. Haut ab. Ich muss da vorne noch was hinsetzen. Damit wäre das kleine... ...böse... ...nicht immer gleich so... ...alles gut, alles gut. Okay. Die kleinen Viecher hier. Sind verdammt schnell und nervig. Oh. Ach, da hinten. Ist okay. Alles noch cool. Sag mal, spinnst du? Stirb. Eine Barrikade wird angegriffen. Ja. Treffe ich natürlich nicht. Hey, du Spinner. Okay. Alles klar. Dann... ...kommen wir hier nochmal. Das und das hin. Das und das. So. Hallo Bogenschütze. Was ist mit dir los? Fängt er sich einfach auch. Ne. Respawn. Oh oh. Warte mal. Da ist was gelbes. Wow. Du wieder. Hau ab. Ja, ich weiß, dass sie das tun. Das tun sie doch immer. Sie haben ja keine anderen Hobbys. Aue. Ja. Ist okay. Einen Totenschädel. Sie greifen die Barrikade an. Ja, warte. Wo denn wieder mehr denn da? Irgendwo. Das Problem, man kann hier nicht in die richtige Safeline ziehen. Safeline? Nennt man das so? Ach. Keine Ahnung, ob man das so nennt. Hm. Oh, warte mal. Oh, wie habe ich denn hier? Gucke mal. Das können wir so. Und so machen. Genau. Dann müssen die wenigstens erstmal über die Dinger bevor. die hier so richtig durchkommen. Wer Bogen schützen oder lieber noch? Komm, da noch eine Falle ran. Da noch eine Falle und da noch eine Falle. So. Und dann reicht das für nichts mehr. Alles klar. Müssen wir sehen, dass wir so klarkommen. Da kommen weitere Feinde. No. Wir spacken wieder. Was denn schon wieder? Warum denn? Okay, da sehe ich. Sag mal. Sind sie ja wohl. Nee, das sollen sie aber nicht. Sie sollen es nicht. Oh, 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 oh. Komm mal. Hörst du auf? Jo, ich weiß. Dankeschön für die Info. Werde mich bestimmt nicht revanchieren. Okay, nächste Welle. Bogenschützen. Bogenschützen, komm. Bogenschützen. Geschützte Bögen. Das gefällt mir ja vorne noch nicht. Das ist mir noch zu empfänglich für... Ja du hast ja nie Geld. Deswegen kommst du immer zu mir und willst dir was leihen. Ja, momentan geht es noch. Noch. Okay. Ah, jetzt kommt ihr wieder. Ihr seid doch... Oh, so. Hobolde nur aus Feuer. Oder feuerresistent. Ach, ihr wisst schon. Ja, natürlich tun sie das. Welche? Wo denn? Was denn? Warum tun sie das? Das ist unfair. Das macht man nicht. Machen die einfach hier meine Barrikade kaputt. Ich glaube, es hackt. Ja, natürlich. Die werden ja immer angegriffen, die Barrikaden. Ja, schon wieder mal kein Mana. Das ist ja klar. Welche? Was denn Boden? Hör doch auf. Oh, da hinten. Warum machst du denn sowas? Sag mal, Mädels. Ballert mal ein bisschen besser hier. Geht ja wohl so gar nicht. Ähm. So. So, ähm. Hallo? Ach, da oben. So, nächste Welle kommt auch gleich. Alles klar. Habe ich jetzt mal Bock drauf. So, so. Ihr seid ja gleich willkommen. Och, hat ja vernünscht gereicht, die Knete. Letzte Welle. Letzte Welle, letzter Welle. Was, ähm, wird es wohl werden? Kommt ihr denn da? Ähm. Ui. Einmal hier runter. Sie haben eine Barrikade zerstört. Ja, na freilich. Natürlich. Was denn auch sonst? Los oder klein? Ich mach dir alle Platz. Eine Barrikade wird angegriffen. Ja. Na, schon wieder kein Mana. Ist ja... Oh, oh. Aue. Sag mal, bist du doof oder wat? Ich bin deine Lady. Da haut man doch nicht einfach drauf, du. Oh man, das wird was. Ja, natürlich. Alter. Natürlich sind sie es. Hä? Nee. Oh, hör doch auf. Ja. Fick. Oh, komm. Na klar. Na klar. Oh, ist doch nicht wahr. Oh, verfick dich, du Droll. Hör mal. Natürlich haben wir gewonnen. Ey, ist doch wohl nicht wahr. Aber da will mich doch einer verarschen. Was ist denn da schon wieder falsch gelaufen, ey? Oh, ich krieg... Ich kann... Oh. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Oh, was war denn das jetzt schon wieder für eine... tolle Nummer. Mann, ey. Aber gut. Alles klar. So ist es dann. Oh, Freunde. In der nächsten Folge kommt dann das große La Finale. Und, ähm... Ja. Wenn es euch gefallen hat, ja, ihr wisst schon. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.